Willkommen zu der ersten Ausgabe von den Rough Cats Live in Session. Ich mach mein Middle-Ding, 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 Ding, Ding. Ist gut, ne? Kann man was mit machen. Gleich mal in die Siri-Funktion einsprechen. Zieh mir mal dein Handy aus, ihr Vögel. Ich hab mein Handy nicht angefickmaulen. Ja, ja. Stopp, man. Hast du den verkackt? Ja, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Er hat sein... Nein, nein, nein. Let's do A! Ja. Hä? Ja, ja. Er kann ja nicht antworten, wenn er da... Kunde nicht, ne? Ne, Kunde nicht. Ja, so ein Dipp. So ein Dipp. Also Teamgeist, ihr Lutscher. Ja. Ist das nur bei euch? Teamgeist, ihr Faxen. Okay, so ein Doppel. Alles, alles scheiße. Na, Mann. Compa. Ich hab die Twitch verwechselt. Das ist die History und ich hab die ... Hey. Hey. Okay. Hey. Hey. Auch wir können Texte schreiben, Alter! Drück, 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 drück! Drück! Euer Ernst oder was? Was ist das? Zieh'n das Kabel hoch? Was? Ey, Zipfelspieler, hört mal auf, so einen Scheiß zu machen, das bringt mich auf ein Konzept. Oder ich komm hoch und mach irgendwas. Das war so süß. Er hat den Halbton höher gespielt oder so. Und dann war so... Hat jemand gespielt gehört? Maria Krohn Maria Krohn Maria Krohn Maria Krohn Stopp! Das kriegst du nachdenken, Alter! Boah! Und dann müsstest du sie noch mal anspielen. Und zwar ungefähr in der Sonora. Was ist das? Ja, ist das dabei? Ja, das geht so schwer... Ja, das geht so schwer... Zipfelspieler 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 Ja, irgendwie so, ne? Barri. Ist gut. Das Instrument kann ich jedem empfehlen. Sehr gut. Sieht doch gut aus. Hast du jetzt auch an die Wand gespielt, ne? Das Instrument. Oh, an die Wand gespielt. So, jetzt guck ich noch, was das Schlagzeug sogar hat.